Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüssen zur Vorschau auf die neue Weltwoche-Ausgabe. Schon wieder sind sieben Tage vorbei und das neue Blatt liegt auf dem Tisch. Ich werde öfters gefragt, Herr Köppel, warum soll man die Weltwoche lesen? Was ist die Weltwoche? Ganz einfach, Sie müssen die Weltwoche lesen, weil die Weltwoche die einzige Zeitung weltweit ist. Gut, der Spectator in England macht das zum Teil ähnlich, aber wir sind die einzige Zeitung auf der Welt, die konsequent eine unkonventionelle Sichtweise einzunehmen. Sich bemüht die andere Sicht, das zieht sich durch unsere DNA hindurch. Wir sind kein Gottesdienst für irgendeine Gruppe. Wir versuchen einfach nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage von gesundem Menschenverstand und handwerklichen Berufsregeln, wir sind auch nicht fehlerfrei, heften uns diesen heiligen Schein nicht ein, versuchen wir einfach, dieser faszinierenden Wirklichkeit gerecht zu werden, aus einer grundsätzlich lebensbejahenden Haltung heraus. Deshalb fällt es uns auch leicht, Missstände aufzudecken. Wir verzweifeln nicht daran, wir stellen sie zur Diskussion, damit sie gelöst werden, hier wie Ärzte, die eine Diagnose stellen, damit dann hoffentlich die Krankheit, um im Bild zu bleiben, beseitigt werden kann. Interessant ist, kürzlich hat ein umjubelter Chefredaktor eines Onlineportals gesagt, er mache also seine Zeitung für ein linksliberales Publikum. Das ist für mich eine völlig abwegige Vorstellung, weil ich frage mich dann, was machst du denn als Journalist, wenn du etwas herausgefunden hast, was nicht dem linksliberalen Weltbild entspricht? Ja, bringst du es dann nicht oder musst du es dann so umbiegen, dass es plötzlich auch für einen linksliberalen aufgeht? Das ist eben eine falsche politische Sichtweise, Herangehensweise. Meines Erachtens muss man doch als Journalist sich bewusst sein, dass jeder irgendwo eine politische Brille auf dem Kopf hat, einen gewissen Maßstab, gewisse Grundwerte vertritt, die sein Urteilsvermögen, seine Gewichtungen, die Art, wie er Recherchefragestellungen auswählt, natürlich beeinflusst, natürlich sind wir irgendwo in diesem politischen Kraftfeld, in diesem Magnetfeld zu verorten. Alle, aber entscheidend ist das Motiv des Journalisten. Bin ich auch bereit, gegen bestimmte Gruppen, die zum Beispiel meine Weltanschauung, meinen Musikgeschmack oder meinen Filmgeschmack teilen, bin ich auch bereit, in diesen Gruppen auf Widersprüche und Fehler hinzuweisen. Und das, meine Damen und Herren, das ist die Weltwoche. Wir versuchen den ehrlichsten, den ehrlichsten Journalismus zu bringen, den es gibt. Und natürlich immer gegen Steuer, immer etwas provokativ bleiben. Ja nicht, ja nicht mit den Wölfen heulen. Wir verstossen immer wieder, hoffentlich produktiv, heilsam, gegen den, dem Menschen eingeborenen Herdentrieb. Die ist natürlich, weil wir auffallen wollen, ist klar, anders und besser sein. Aber eben auch, weil wir der Überzeugung sind, also wir, das klingt so emphatisch, ich bin der Überzeugung, meine Kollegen sind es auch, dass eben die Meinungsvielfalt, die Vielfältigkeit der Perspektiven ganz entscheidend ist. Und meine Erfahrung im Journalismus war eben immer die, dass die Journalisten eine wirklich so eine Art, eine Schubladenschablone im Hirn haben, dass eben, wenn irgendetwas herauskam, das dann nicht irgendwo ins Bild passte, durfte das einfach nicht geschrieben werden. Und das kann ich Ihnen versprechen, meine Damen und Herren, das kommt bei der Weltwoche einfach nicht vor, das mache ich nicht. Und Sie können den Test machen, wenn Sie mir Anregungen schicken, die gegen vermeintliche Weltwoche-Orthodoxien verstossen, können Sie ja dann testen, ob wir das bringen oder nicht. Aber ich sage Ihnen jetzt schon, es müssen interessante und intelligente Anregungen sein. Aus Mitleid werden keine Themenvorschläge umgesetzt. Gut, lange Rede, lange Vorrede und ganz wichtiger Sinn, aber jetzt geht es hier in die neue Ausgabe. Unsere Titelgeschichte, Sie kennen den Herrn mit seiner wunderschönen Frau Melania, über die ich ja kürzlich mal ein Editorial geschrieben habe. Donald Trump, US-Präsident, im Hintergrund sein Traumschloss Mar-a-Lago. Unser Auslandschef Urs Gäriger war in Mar-a-Lago und hat die faszinierende Geschichte dieses Anwesens. Das ist so ein barocker Prunkpalast, ein Sammelsurium unterschiedlichster Stilrichtungen. Also da musst du schon fast Amerikaner sein, dass du in so etwas leben kannst. Aber immer wieder beeindruckend, wie die Amis so etwas begeistern finden können. Aber dieses Mar-a-Lago ist wirklich eine spannende Geschichte. Wie ist das entstanden? Wie ist Trump dazu gekommen? Ein ganz smarter, unternehmerischer Move steckt da dahinter. Und das Ganze auch eine wirklich faszinierende Wirtschaftsgeschichte. Und heute ist dieses Mar-a-Lago ja Treffpunkt der mächtigsten Menschen auf diesem Planeten. Dann weitere Themen. Wir haben die andere Sicht im Graubündner Bauskandal. Da prügeln ja jetzt alle auf die BDP ein. Und das ist jetzt eben so ein Beispiel, würde ja auch von mir erwarten. Köppel, SVP-Nationalrat, Wippenschlumpf, pathologische BDP-Gegner usw. Also ich habe keine metaphysische Abneigung gegen bestimmte Gruppen. Aber ich muss ja deswegen auch nicht alle lieben und gleich gut finden. Aber hier eine wirklich andere Sicht durch Philipp Gut, der eben aufzeigt, die fragwürdigen Praktiken der Wettbewerbskommission, auch und gerade. Und Zusammenhang mit diesem Bauskandal in Graubünden. Die andere Sicht, wir haben Karin Keller-Sutter, die eigentlich abonniert ist, jetzt Bundesrätin zu werden, die jetzt schon auftritt. Das faszinierende Bären. Es gibt Leute, die das wie genetisch draufhaben, dieses sich präsentieren können als Bundesrat, als verlässlicher Interpret des Landesinteresses. Hochinteressant, ein Porträt unseres Bundeshaussmannes Hubert Moser. Ich beschäftige mich etwas eingehender mit der Frage der Rücktrittskultur im Bundesrat. Sie erinnern sich, Doris Leutert, schon vor über einem halben Jahr hat sie gesagt, sie gehe dann irgendwann bis 2019. Man glaubte dann schon nach Nobilag, aber jetzt zieht sie es noch durch. Jetzt auch Schneider-Ammann, Bundesrat. Der Wirtschaftsminister kündigte an, spätestens im Herbst 2019. Ich nehme diese Kultur des Rücktritts in Zeitlupe gnadenlos, gnadenlos auseinander in meinem Editorial. Da bleibt gar nichts stehen. Und auch hier wieder ein Beispiel für unsere unkonventionelle Sicht. Ich lobe, ich breche in ein ohrenbetäubendes Lob aus. Für Altbundesrat Moritz Leuenberger und für Didier Burkhalter, die haben nämlich eine hervorragende Rücktrittskultur gehabt. Wir haben auch andere Sicht. Ein hochrenommierter Werber, Peter Marti, hält ein Plädoyer für die Netzsperre. Plädoyer für die Netzsperre ist auch so ein Tabuthema. Zusammen mit dem neuen Geldspielgesetz, Casinos und so weiter, ist ja von Netzsperren die Rede. Man möchte bestimmten ausländischen Anbietern verbieten, im Schweiz im Internet Dinge anzubieten. Das ist ja ein Skandal für viele Parlamentarier. Auch der SVP übrigens. Ich kann diese Empörung überhaupt nicht verstehen. Ich finde Netzsperren auch vernünftig. Gibt es ja jetzt schon bei Kindertornografie. Sind wir dann da auch gegen Netzsperren? Das ist doch einfach oberflächlich argumentiert. Peter Marti, sehr verdienstvoll. Als Werber steht er hier natürlich auch etwas unter Druck in seiner Szene. Die ist er jetzt auch nicht bekannt für ihre Meinungsvielfalt. Aber er hat jetzt da wirklich mutig bewiesen, dass er ausscheren kann. Ja, viele weitere Themen. Ein Interview noch mit Bill Gates über Zuckerberg. Sehr positiv. Rico Bander, Toni Vescoli gesprochen. Der Mundartrocker, Rocklegende. Er erinnert sich, wie die 68er wirklich waren. Eine interessante Facette. Zoologie haben wir drin. Falsperrisen natürlich beschäftigt uns das Urteil. Und dann Europapolitik. Wir machen eine Standortbestimmung von dem, was Bundesrat-Außenminister Ignacio Cassis jetzt vorhat. Europapolitik fangen Sie nicht an zu gähnen. Ich weiss, die Konjunkturkurve dieses Thema im Moment nimmt ab. Wir haben eine Drohle de Guerre, einen Sitzkrieg in dieser ganzen Europadebatte. Die Lager bauen ihre Stellungen aus, bringen ihre Geschütze in die richtige Formation. Ab und zu ein kleiner Schusswechsel, aber keine grösseren Truppenbewegungen. Das Ganze findet etwas hinter den Kulissen statt. Der Bundesrat verhandelt. Die Wirtschaft macht mobil gegen die SVP. Die SVP ist damit beschäftigt, ihre Truppen bei Laune zu halten. Weil wenn du immer rufst, es gibt Krieg und er kommt nicht, dann wird das auch schwierig für die Motivation. Also eine ziemlich komplexe Gefechtslage, die hier analysiert wird in dieser Ausgabe. Weil es ist hier um eine der wichtigsten, ja, um nicht wenig zu sagen, die wichtigste politische Frage der Gegenwart handelt. Es geht nämlich um das Eingemachte. Wer am Schluss die Gesetze bestimmt in der Schweiz? Sind das nach wie vor wir? Das würde ich unbedingt natürlich fordern und befürworten. Oder sind das eben irgendwelche, ich sage es jetzt mal etwas, nur leicht ironisch angehaucht. Oder sind das irgendwelche namenlosen Bürokraten in Brüssel, die uns ihre schreckliche Gesetzesmaschinerie aufnötigen wollen? Sie nehmen also hier meine offene Produkte-Deklaration. Ich stehe hier auf der Seite der Schweiz und nicht auf der Seite der EU. Aber, und das muss man auch wieder sagen, journalistisch sind wir immer bereit, auch hier die qualifizierte Gegenposition zu bringen. Pro Rahmen, pro institutionelle Anbindung. Das kann man bei uns auch schreiben. Wir zensurieren das nicht. Es muss einfach intelligent sein. Ja, meine Damen und Herren, das ist mein Werbespot, meine Vorschau auf die neue Weltwoche. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre. Lassen Sie sich inspirieren von der Bandbreite dieser Zeitung. Und wir machen uns schon in wenigen Minuten daran, die nächste Ausgabe zu planen, die ich Ihnen dann in sieben Tagen vorstellen darf. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und auch für das Verständnis für meine zwischendurch etwas augenzwinkenden, ja, eigenlöblerischen Zwischenbemerkungen. Besten Dank.